2022. Alte Pandemie, neuer Buchstabe. Omikron. Und was du dazu vielleicht siehst, liest oder hörst, ist auch wieder nur so mittel. Aber was du vielleicht auch schon gehört hast, weil Omikron so ansteckend ist, könnte das unser Exit-Ticket sein. Weil wenn dann bald jeder Omikron-Corona hatte, dann ist die Pandemie ja fix rum, oder nicht? Ich glaube, man kann es gar nicht mehr verhindern, dass dieses Virus durchrauschen wird. Das wird passieren. Wir können mit unseren Maßnahmen noch bestimmen, wie schnell das passiert. Und dann ist die Frage, was ist danach? Ist danach dann Corona kein Problem mehr? Anders gefragt. Ist 2022 das letzte Corona-Jahr? 2022 wird, so hoffen wir alle und so glauben wir alle, das letzte Jahr der Pandemie. Es wird aber nicht das letzte Jahr, in dem uns Coronaviren Gedanken machen. Dieses und möglicherweise auch andere Coronaviren, auch Influenzaviren, werden im nächsten Herbst wiederkommen.